hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge witness so also die dinger müssen doch nicht so zusammen sein die kann man auch so einzeln machen denn dann haben wir ja auch ein leichtes spiel dann geht es jetzt hier los okay dann geht das so 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 das ist getrennt das muss bis runter so dann hier jetzt das getrennt das hier oben muss ich auch von den anderen die sind doch gleich dann geht das doch so hier wenn die gleich sind und alles klar so hier einmal aufmachen wir gehen da hin ja ich mag hier die schon na das ist jetzt echt schwer also die müssen ja nicht zusammen sein das ist das gute ja 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 Bleib kopfiges Spann. Gibt es noch ein anderes Rätsel? Nö. Warum auch? Es gibt aber auch keinen Weiß irgendwie. Doch. So. Okay. Haha. Okay. So. Was? Oh Schlauch. Wieder auf. Ach ne, da waren die Schwarzen miteinander. Ah, okay. So. 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 so machen. Das geht halt alles nicht. Das geht so auch nicht. Ach du Scheiße. Warum ist das so langsam eingestellt? Sichtfeld. Es gibt sogar keine Maus-Dingsbums. Wie heißt das? Geschwindigkeit. Ich entschuldige mich für den kurzen Cut, aber irgendwie hat sich das Spiel auf Fensterbild minimiert und ja. Dadurch kam jetzt der Stop zustande, was scheiße ist für mich, weil ich nicht sehe, wie lange die andere Aufnahme ging. Aber gut, wir versuchen weiter das Rätsel zu lösen. Aber jetzt lass mich noch mal raus. Okay, das gibt mir schon wieder eine ganz andere Seite raus hier. Okay, das wäre dann einmal so gewesen. So. Tatsache, das war richtig. Tatsache, das ist richtig. Und okay. Das gehört zusammen. Die zwei und das orangene gehören zusammen. Und ich glaube die, ja. Genau. So. So. Das darf ich wieder zu machen, aber so schwer ist das hier nicht. Ja gut, hier gibt es aber kein Rätsel drin, und ob wir nach oben oder nach unten gehen, das sehen wir in der nächsten Folge, bis dahin bleibt, entspannt, genießt den Tag und bye bye.